Ich habe gerade mit jemandem geredet, der eine Art Experte für das Internet und so weiter ist. Ich habe gefragt, was passiert so, denn ich bekomme nichts zu sehen, außer ein paar Nachrichten und unsere eigene Arbeit die ganze Zeit. Ich komme nie dazu, zu browsen oder irgendetwas zu sehen. Also habe ich gefragt, was die Leute suchen, was ist es? Und er sagt es, als sei es eine Tatsache. Er sagt, Satguru, 70% ist nur Pornografie. 70% des Internetverkehrs ist Pornografie. Ich weiß nicht, ob dieser Prozentsatz korrekt ist, aber wenn er auch nur annähernd so hoch ist. Ich meine, was ist mit uns passiert? Wenn ein so mächtiges Medium, über das wir mit der ganzen Welt kommunizieren können, haben wir nichts Besseres zu sagen? Ich versuche nicht moralisch zu sein und zu sagen, dies ist falsch, das ist falsch. Aber ich sage, zum ersten Mal, in der Geschichte der Menschheit haben wir die Fähigkeit, dass wir der ganzen Welt etwas auf einen Schlag sagen können. Niemals zuvor war das überhaupt vorstellbar. Ich will, dass du verstehst, dass du es einfach für selbstverständlich angesehen hast, dein was auch immer, Instagram und WhatsApp und Twitter und E-Mails, siehe sie nicht als selbstverständlich an. Dies ist das erste Mal, dass wir mit jedem Menschen auf dem Planeten kommunizieren können. Ist es nicht wichtig, dass die höchsten Möglichkeiten zu ihnen gelangen? Heute sind die drei größten Industrien auf dem Planeten. Die Nummer eins ist die Rüstungsindustrie. Nummer zwei ist Alkohol und Tabak zusammengenommen. Nummer drei sind Pharmazeutika. Das sagt alles über uns, welche Art von Menschen wir sind. Ist es nicht so? Und im Internet ist Pornografie. Wir als Generation sollten diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Wir sollten nicht diese sechs besessenen Kinderverkäufe diese Welt beherrschen lassen. Wie können wir zulassen, dass Menschen die Kinder verkaufen, damit sie schmutzige Dinge mit ihnen tun, diesen Planeten beherrschen? Sag mir, wir erlauben es ihnen zu tun. Wir müssen sie nicht bekämpfen, jeder denkt, wir müssen kämpfen. Nein, wir müssen sie überwältigen mit positiven Dingen. Applaus Böhm 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 Untertitelung des ZDF, 2020